Moin Moin! Ich muss euch leider mitteilen, dass es heute keine neue Fallout-Folge gibt, weil ich kein Fallout aufgenommen habe. Das hängt damit zusammen, dass es mir momentan keinen Spaß macht Fallout aufzunehmen und bevor ich mich jetzt wieder zwei Stunden hinsetze und das aufnehme und irgendwie nur was produziere damit, was auf dem Kanal ist, dachte ich mir eher, nee, lässt es erst mal. Ich will das Thema Fallout aber nicht sterben lassen. Im Gegenteil, ich möchte das eher noch mal wieder weiter aufgreifen, das Thema, und das eher weiter in den Livestream reinziehen. Ich möchte das gerne so machen, dass ich Fallout schon noch weiterhin spiele und auch aufnehme, aber wenn ich das dann aufnehme, dann sollen das Aufnahmen aus dem Livestream sein, die dann halt, ja, auf YouTube sind. Das hängt alles damit zusammen, dass die Arbeit rund um das Fallout-Let's-Play ziemlich viel ist. Es ist sehr, sehr viel. Und wenn ich mir die Klicks und die Views auf die Videos angucke, dann sehe ich zwar schon, dass da eine gewisse Interessensgemeinschaft ist, sich das gerne anguckt. Wenn ich es aber im Vergleich angucke zu dem Farming-Simulator-Let's-Plays, dann ist es doch leider ein Viertel weniger. Und ich habe aber die gleiche Arbeit damit. Und deswegen möchte ich das ein bisschen ändern. Ich weiß noch nicht, wann ich damit loslegen werde, dass ich Fallout streame. Und ich weiß noch nicht, auf welcher Plattform ich das streamen werde. Ich könnte mir nämlich auch ziemlich gut vorstellen, dass ich Fallout auf YouTube Gaming oder auf YouTube streamen werde, weil auf YouTube kann ich eine deutlich höhere Qualität veranschlagen als Non-Partner von Twitch, als auf Twitch. Twitch als Non-Partner. Und deswegen könnte es gut sein, dass wenn ich nicht irgendwie, was ich nicht glaube, in den nächsten, was ich nächste Woche oder die kommende Woche nicht verpartnert werde, was ich einfach nicht glaube, dass es passiert, dann werde ich das wahrscheinlich auf YouTube Gaming streamen. Aber wenn das dann losgeht, wenn ich das dann tatsächlich auf YouTube streamen werde, werde ich das nochmal irgendwie, über Twitter oder im Discord oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich werde das im Discord bekannt geben. Weil ich denke, viele von euch sind auch auf dem Discord. Und dann werde ich das, ich werde da eine eigene Fallout-Gruppe anlegen. Und dann können wir da gerne drüber uns absprechen, wann ihr dann auch Zeit habt, das zu machen. Also ich würde das tatsächlich, solche Fallout-Streams tatsächlich am Wochenende favorisieren. Und momentan, wie gesagt, eher auf YouTube als auf Twitch. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich da momentan dass ich das momentan so, ja, nicht jetzt beende, aber erstmal pausiere. Und ich würde mich sehr darüber freuen, dass, wenn es denn losgeht mit den Streams, dass ich euch dann bei den Streams wiedersehe. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Support rund um dieses Fallout 4 Let's Play. Danke dafür. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, entweder bei den anderen Let's Plays wieder oder zum nächsten Fallout-Livestream. Alles klar. Danke für euer Verständnis und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.